Bruder, warum Bannwelle heute? Ich küsse eure Augen, als wäre das was Neues. Ich habe schon vor einer Woche doch gesagt, Galavidmeister, hä? Ja ne, warum soll ich jetzt hier Leute bannen? Wie kann man von TFF die Meisterschaft geschenkt bekommen und dann auch so Nivellos feiern? Ach Bruder, bitte hör auf. Ich schwör's dir, darüber will ich auch reden. Ich will heute über zwei Sachen mit euch reden, oder besser gesagt mit den Fener-Fans. Über Ali Koc und Aziz Yildirim und über Ismail Kartal. Wir gucken uns heute mal so ein bisschen die Lage an, die Spiele an, die Fener verkackt hat. Und dann über die Zukunft von Fener wollte ich ein, zwei Worte sagen. Fener hat mit zwei unnötigen Niederlagen sich selber gehopst. Fener hat nur einmal verloren, aber egal. Aber die Meisterschaft, dass sie nicht Fener bekommen hat, liegt in Fener's Schulter, da gebe ich dir recht. Aber ich finde, dass Fener auch keine Meisterschaft aus seiner Hand gegeben hat, weil Fener hat eine brutale Saison gespielt. Fener hat selber für sich Rekorde gebrochen. Fener hat 99 Punkte geholt und 99 Tore geschossen. Gala hat genau drei Punkte mehr geholt. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin natürlich sauer irgendwo auf Fener. Ich bin eigentlich nur sauer wegen der Conference League immer noch, dass sie das gegen Olympiakos so verschenkt haben. Aber Bruder, wir müssen ganz klar und deutlich sagen, und damit meine ich die Fener-Fans, weil die Fener-Fans versuchen jetzt einen Schuldigen zu finden. Aber natürlich, ich will selber Meister werden, aber Bruder Herz, was soll denn jemand besser machen? Ihr müsst immer daran denken, was wir geholt haben, Bruder, was? Du musst daran denken, wenn du ein System jetzt änderst, du musst ja irgendwo gucken, okay, warum sind wir nicht Meister geworden? Dann lass mal herausfinden, warum sind wir nicht Meister geworden? Erwartest du von einer Mannschaft, dass sie alle Spiele gewinnen? Denn sowas gab es seit der Gründung vom Fußball noch nicht, dass eine Mannschaft alle Spiele in einer Saison gewonnen hat. Wenn du darauf wartest, dann spiel Lotto. Du wirst eher Lotto gewinnen, als dass irgendeine Mannschaft auf dieser Welt hier nicht ein Spiel verkackt, was auch nur Unentschieden angeht. Du kannst nichts dagegen tun. Nein, Leverkusen hat auch Unentschieden gespielt. Oder du kannst jetzt hier, wenn du jetzt daran, okay, im Endeffekt, sie sind nicht Meister geworden. Ja, ne, warum bist du Präsident, warum bist du Trainer? Fenerbahce ist keine Mittelligist-Mannschaft, Fenerbahce ist eine Top-Mannschaft. Wenn du Trainer bist oder Präsident bist bei einer Top-Mannschaft, sind die Erwartungen Meister werden und nicht Klassenerhalt oder Europaplatz. Nein, die Erwartungen von einer Top-Mannschaft sind Meister werden. Wenn du nicht Meister wirst, hast du deinen Job nicht erledigt. Okay, die sind jetzt nicht Meister geworden, aber ich finde, trotzdem haben sie ihren Job erledigt. Es ist ja, du kannst das ja nicht vergleichen mit, warte mal kurz. Wenn wir das vergleichen mit früher, wie früher Fener nicht Meister geworden ist und wie Fener diese Saison nicht Meister geworden ist. Bruder, guckt euch das an. Wir haben 99 Punkte zu 102. Das ist nicht mal, das ist nicht mal, im Endeffekt ist Gala Meister geworden, aber jeder weiß, wie knapp es war. Jeder weiß, auch die Gala-Fans, wie sehr Angst die hatten vor dem letzten Spieltag. Es war ein maximales Kopf an Kopf. Und im Endeffekt, ob sie besser waren oder ob sie Glück hatten, im Endeffekt ist zwar Gala Meister geworden, aber wenn das andersrum so wäre, man könnte nicht sagen, dass einer dominiert hat oder sonstiges, Bruder. Fener hat nur ein Spiel verloren und wenn wir uns das Spiel anschauen, wie wir dieses Spiel verloren haben, warum wir dieses Spiel verloren haben. Fener hatte mit Ausfall zu wechseln. Wir hatten in der zweiten, in der ersten Halbjahr, im ersten Halbjahr hatten wir mit Samet Akaide noch verteidigt. Ganz wichtig, Leute. Vergiss nicht, was für einen Kader Fener hatte, weil Bekao sich verletzt hat, weil der sich verletzt hat, weil der gelb gesperrt hat, weil Fred nicht da war, mit was für einer Mannschaft wir gespielt haben gegen Dings. Janne, ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass deswegen Gala nicht Meister geworden ist. Bitte. Ich möchte gerade nur argumentieren, weil darauf wollte ich hinaus, Ismail Karta soll nicht wechseln. Ali Koc soll nicht wechseln. Das ist das, warum ich das sage, weil Fener ist nicht Meister geworden wegen Ali Koc oder Ismail Karta. Ja, wir sind nicht deswegen nicht Meister geworden. Wir hatten einfach, wir waren unglücklich mit Verletzungsausfällen, warte mal, wo wir 3-2 verloren haben. Guckt euch die Aufstellung an. Osterwolde hat da gerade neu angefangen, Innenverteidiger zu spielen. Wir haben mit Samet Akaide gespielt. Janne, ihr wisst ganz genau, was für Tore wir kassiert haben. Ja, Ismail Yüksek, rote Karte, 78 Minuten. Wir haben mit Micha Saic gespielt. Fred ist nicht da. Es sind, das sind die Spiele, die uns diese Meisterschaft gekostet haben. Aber warum haben wir diese Spiele verloren? Weil unsere Stammspieler nicht da sind. Was kann ein Ismail Karta jetzt dafür? Was kann ein Ali Koc dafür? Aber wo wir was dafür können, ist dieses Spiel hier. Wo wir was dafür können, ist dieses Spiel hier. Hier gebe ich Ismail Kartal die Schuld. Warte mal kurz. Ismail Kartal die Schuld oder Ali Koc. Keine Ahnung, wer im Endeffekt dafür zuständig war, für diese Aufstellung hier. Kronic, Micha Saic, er lässt Fred nicht spielen. Dafür gebe ich ihm die Schuld. Aber das war ein Spiel. Ich schwöre dir, es gibt ein Spiel in der Saison, wo ich sage, Ismail Kartal, was hast du gemacht? Nur ein Spiel. Aber das hat nicht mal was mit der Meisterschaft zu tun. Wenn wir jetzt zurück zur Meisterschaft kommen, Leute, bitte. An die Fennel-Fans. Die Leute, die denken, also wenn ihr denkt wirklich, wir sind nicht Meister geworden wegen Ali Koc oder Ismail Kartal. Was denkst du, was passiert, wenn jetzt Asis Yildirim kommt, Bruder? Ich bin kein Hater von Asis Yildirim. Ich liebe selber Asis Yildirim. Der einzige Grund, warum ich Asis Yildirim haben will, ist, weil ich das Gefühl habe, wenn er kommt, keiner kann ihm was haben. Der Typ ist Mafia, jeder hat Angst vor ihm, jeder hat Angst, sich mit ihm anzulegen. So über Ali Koc macht man sich lustig. Aber Bruder, wenn wir jetzt an Fennel-Watcher denken, an den Sportverein, ohne irgendwelche Palabereien im Internet, wer redet krasser oder wer macht irgendwelche Probleme, wenn wir nur wirklich nach finanziell gehen. Wir sind doch brutal gerade. Was wollt ihr, Junge? Weißt du, was Ali Koc für eine Mannschaft angenommen hat vor Asis Yildirim? Weißt du, was für Spiele hatten? Wann ist der Präsident? War das 2019 oder 2018? Lass mal kurz gucken von der Wache-Kalas 2018. Ein Carlos Kamini, ich glaube, ich erinnere mich, der hat damals 3,6 Millionen im Jahr bekommen. Er war nicht einmal im Tor von Dings. Nicht einmal war er im Tor, Bruder. Ein Maurizio Isler, solche Spieler, solche Penner-Spieler. Schener, Bruder, du verkaufst Sosa auf einmal irgendwo hin. Alper Potok, Bruder, so Spieler. Was ist das? Was ist das? Mehmet Ekeji, die dachten, wir haben Prime Özil bei uns. Artif Cheju haben wir noch eben. Der einzige, den wir hatten, war Elif Elmas, der uns ist. Nabi Didar, Bruder. Roberto Soldado, Vincent. Ja, guck doch diese Mannschaft an, Bruder. Wenn ich das sehe, wir sind da raus, Bruder. Ja, wir sind raus aus diesem ekelhaften Pack, Bruder. Aus diesem ekelhaften Müll, Bruder. Jetzt haben wir Spieler, auf die wir stolz sind. Jetzt haben wir Spieler, die wir seit Jahren nach Europa verkaufen. Europa würden unsere Spieler... Was? Du willst das alles jetzt kaputt machen, weil du nicht Meister geworden bist mit 99 Punkten? Hör auf, Fernandau war crazy, Bruder. Der war bei Bursa Sport crazy, Digga. Der ist zu uns gekommen, der hat nichts gemacht, Digga. Ich rede mit Freunden, ich rede mit Freunden. Ich sehe Kommentare. Ich sehe auch in der Türkei die Kommentare von den Faner-Fans. Wie die sich untereinander prügeln, Bruder. Wie die sagen, Ali Koc ist die Farbe, Bruder. Was? Du bist sauer auf eine Mannschaft, die 99 Tore geschossen hat und 99 Punkte geholt hat. Die sehr viele Verletzungen hatte diese Saison. Mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Deswegen sehr viele Punkte liegen lassen hat. Auf diese Mannschaft, auf diesen Präsidenten bist du sauer. Du sagst, dieser Präsident macht was falsch. Was? Okay, dann sagen wir, dann bin ich mal der Meinung von den Faner-Fans, die sagen, Ismail Kartal weg und Ali Koc weg. Bruder, was erhoffst du dir dann? Weil im Endeffekt geht es nur um die Meisterschaft. Aber baue mal die Bausteine zusammen. Was brauchst du alles für eine Meisterschaft? Was passiert dann? Was passiert dann, wenn das... Was soll denn passieren? Du musst ja mit einem Skript kommen, mit einem Konzept kommen. Was erhoffst du dir, wenn Assisiere dem kommt? Dass er Jose Mourinho bringt? Land, denkt ihr, Jose Mourinho wird Faner-Meister machen? Wallah, wer denkt? Wer denkt, Jose Mourinho wird Faner-Meister machen? Der ist in einem Film hängen geblieben, der nur Namen liest. Nur weil er Jose Mourinho ist. Nur weil er Jose Mourinho ist. Bruder, du verstehst das nicht. Ich will Jose Mourinho nicht schlecht reden. Aber ihr redet gerade 99 Punkte schlecht. Und ihr sagt, kein Trainer kann das besser machen. Das hat nichts mehr mit Trainer zu tun, dass du hier nicht Meister wirst. Das hat nichts mit einem Präsidenten zu tun. Und das hat nichts mit einem Trainer zu tun, dass du mit dieser Leistung nicht Meister geworden bist. Wenn er sogar Pep Guardiola, Bruder, hol Pep Guardiola, der die Spieler spielen im Endeffekt. Weißt du, was ich meine? Wenn da so ein Ismail Yüksek ist, der, keine Ahnung, seine Aggression nicht unter Kontrolle hat und gegen Tramson in der 80. Minute wegen Meckern oder was weiß ich, was Rot kriegt, was kann der Trainer dafür? Was kann der Trainer dafür, wenn Jiku gegen Galatasaray in der 20. Minute zwei Fouls macht? Rote Karte. Was kann der Trainer jetzt dafür? Weißt du, was ich meine? Bitte hört auf, Hoffnung zu haben in Jose Mourinho oder in Assis Hildirim. Ich liebe Assis Hildirim. Aber ich habe Angst davor. Wallah, ich habe Angst davor, dass wenn er kommt, er wird das komplette System, weil er ist ja sein eigener gestandener Präsident. Warum soll er so weitermachen wie Ali Kotsch? Wenn ein Präsident kommt, wird sich was ändern. Aber Bruder, Janne, was ist, wenn es sich wieder in diese alte Zeit, was ist, wenn es sich wieder in diese Penner-Kader ändert? In diese Kameni-Kader, in diese unnötigen Penner-Spieler. Was ist, wenn wir da rein wieder fallen? Dann verlieren wir wieder vier Jahre und dann kommt wieder ein neuer Präsident. Weißt du, was ich meine? Bruder, wir sind die letzten zwei Jahre, guck mal, wir sind die letzten zwei Jahre wieder Zweiter. Ah, hier sage ich sogar, hier hat Gala klar und deutlich sind die so, die waren besser, weil die haben auch zweimal gegen uns 3-0 gewonnen. Das war so eine Saison, wo ich sage, Gala war einfach besser. Weißt du? Hier kannst du nichts sagen. Aber trotzdem, trotzdem haben wir uns gut aufgebaut. Wir hatten ein Rennen. Weißt du, was ich meine? Es war spannend. Hier war so ein Jahr, wo es gar nicht spannend war, aber trotzdem sind wir Zweiter. Wir waren, es geht doch nicht schlechter. Weißt du? Wenn wir zurückgehen, also wenn wir von der Vergangenheit in die Zukunft gehen, geht es doch nicht schlechter. Guck dir das an. Dritter Platz 82 Punkte. Danach, zweiter Platz mit 73 Punkte. Es wird besser. Danach, 80 Punkte. Spannend. War Hardcore spannend eine Zeit lang. Dann die letzten drei Wochen hat Gala einen draufgesetzt, hat nochmal gegen Fener 3-0 gewonnen. Wurde nicht mehr so spannend, aber bis zu den letzten drei Wochen war Hardcore spannend. Fener konnte Meister werden. Okay? Jetzt, bis zum letzten Spieltag, konnte Fener, es war maximal spannend. Es war, es war für mich eines der geilsten Saisons überhaupt, die ich erlebt habe. Wirklich. Auch nicht, weil Fener geil war, weil Gala auch mitgemacht hat. Weißt du, was ich meine? So, wir hätten, hätte Gala keine gute Saison gehabt, wären wir schon, in der 32. Woche, wären wir schon vielleicht Meister. Weißt du, was ich meine? Es war, es war die krasseste Saison, die ich in meinem Leben erreicht habe. Wir hatten so viel Hoffnung in Europa, Bruder. Ich bin zu den Spielen gegangen. Vierte Finale, oder in der achte Finale haben wir klar dominiert gewonnen. Vierte Finale sind wir dann wegen irgendwelchen Trainerentscheidungen rausgeflogen. Das ärgert mich bis heute immer noch. Aber, das sind so Sachen, okay, die verzeihe ich. Die werden vielleicht nicht nochmal passieren. Aber, Bruder, ich bin so glücklich, Digger. Und jetzt, okay, ich bin zwar nicht Meister geworden, im Endeffekt, viele Fans denken, es geht nur darum, Meister zu werden. Aber, Bruder, wenn ein Präsident kommt, wenn ein Trainer kommt, Ismail Kartal hat diese Mannschaft seit einem Jahr, seit einem Jahr hat er diese Mannschaft, Bruder. Du willst ihn schon wegschmeißen. Wie undankbar bist du? Du kannst doch nicht so respektlos sein und undankbar sein und jemandem, der seit einem Jahr die Mannschaft hat, 99 Tore schießt, 99 Punkte holt. Du kannst ihn doch nicht wegschmeißen, Bruder. Wer gibt dir die Garantie, dass einer das besser macht? Weißt du, was ich meine? Bruder, ich schwöre dir, es kann in eine komplett hardcore falsche Richtung gehen, wenn du das System gerade änderst. Weil er macht das immer. Wird ein Trainer nicht Meister, direkt weg. Bruder, habt doch ein bisschen Sub oder habt doch ein bisschen Geduld. Jetzt sagen viele, ja, wir werden seit 10 Jahren nicht Meister. Ja, aber dieses System steht doch nicht seit 10 Jahren. Wenn du, wenn du mir jetzt sagen würdest, ein Trainer wird über 3, 2, 3 Jahre, spielt nur Scheiße oder, weißt du, was ich meine? Und wir werden nicht Meister. Traumter schmeißt ihn weg. Aber Bruder, was hat Ismail Kartal jetzt in dieser Saison falsch gemacht, ja? Mit 99 Toren, 99 Punkten, Bruder. Der Konkurrent wird mit 3 Punkten nur Meister. Mit 3 Punkten mehr Meister. Weißt du, was ich meine? Hört auf, Bruder, Wallabilla, ihr macht Fenerbahce kaputt, Digga, ja? Ihr habt kein Saber mehr, ihr habt kein Geduld mehr, dann seid ihr dumm, Bruder. Dieses Geschäft funktioniert nicht von Jahr auf Jahr. Dieses Geschäft, wenn ein Präsident kommt und ein Trainer kommt, du musst eine Mannschaft erstmal aufbauen und Fenerbahce ist aufgebaut, ist fertig, ist ready. Und dieses Jahr zählt für mich schon fast wie eine Meisterschaft, Bruder. Das sind 3 Punkte. Ich wechsle doch nicht wegen 3 Punkten das ganze System. Weißt du, was ich meine? Ich wechsle doch jetzt, ich fahre doch jetzt nicht, ich baue doch jetzt nicht einen neuen Präsidenten auf, der neue Struktur kommt, der vielleicht seine alten Mitarbeiter, veralteten Mitarbeiter nimmt und auf einmal ein ganz anderes System hat. Weißt du, ich hole doch jetzt nicht einen anderen Trainer, der vielleicht einen anderen Spielstil hat. Bruder, nein, bitte, 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 Bruder. Ich schwöre dir, wenn wir hier was ändern, dann Fenerbahce wieder die nächsten 3, 4 Jahre nicht meister. Bruder, bei aller Liebe, ohne Tadish und Digga wäre, als Kapitän wäre die Mannschaft zusammengebrochen. Ismail Kartal hat keine Erfahrung und Fenerbahce ist eine Schuhgrüsse zu groß. Bruder, das Problem ist, du bist auch noch ein Fener-Fan, ja. Und genau für solche Leute mache ich dieses Video, wirklich. Ich mache dieses Video nicht, um irgendwie Fener gut zu reden oder Sonstiges. Ich mache dieses Video, um die Augen zu öffnen von Fener-Fans. Ihr labert, Fener ist eine Schuhgrüsse zu hoch für Ismail Kartal. Bruder, du Disrespect ist gerade so eine krasse Saison, ne? Okay, ich sage dir mal eine Sache. Wie viele krasse Trainer hatte denn Fener, dass irgendwas geworden ist, Bruder? Das, also, ich kann nicht mit solchen Menschen diskutieren, die denken, dass ein Jose Mourinho Fener-Meister machen wird. Wer war bei Gala-Trainer? Frank Rekert. Hat Frank Rekert Galatasaray-Meister gemacht? Hat, äh, hat, hat irgendein, hat Mancini, Mancini, wir reden von Mancini, hat Europameisterschaft gewonnen. Hat er Gala-Meister gemacht? Was für ist eine Nummer zu groß, Bruder? Sag mal, denk weiter, Ismail Kartal ist. Ich schwöre dir, ich sage nur eine Sache, ich will das jetzt sagen, äh, deswegen, oder besser gesagt, ich hab das jetzt gesagt, ich weiß nicht, guck mal, mein Problem ist, weil es sieht danach aus, dass Ali Koc jetzt, äh, oder dass Asis Hilder Präsident wird. Ich bin ja ein genau, ich hab ja, wir sind ja irgendwo alle, wollen wir einfach nur Meister werden. Weißt du, was ich meine? Mich juckt nicht Ali Koc oder Ismail Kartal. Ich hab keine Sympathie für die. So, was juckt die mich? Im Endeffekt will ich, dass meine Mannschaft erfolgreich wird. Aber Bruder, ich habe nur Angst, dass wenn ein neuer Präsident kommt, dass auf einmal alles wieder wie früher wird, Bruder. Weil wenn ich an das frühere Fenerbahce denke, nach Siko, nach Siko, weil die schönste Zeit, die ich hatte, war Siko und keine Ahnung, danach irgendwie, auch obwohl wir danach Meister geworden sind, keine Ahnung, es war irgendwie keine, keine komische Zeit, wir hatten komische Spieler, wir hatten, keine Ahnung, Bruder. Aber ich habe aktuell, vor dem Fener habe ich, ich bin so stolz auf Fener, ich bin so, also ich bin so, nicht stolz, sondern glücklich, weil wir einen brutalen Kader haben, die Spieler, die wir kaufen, es macht Sinn, wir holen junge Spieler oder wir bauen junge Spieler auf. Natürlich kommen Spieler mit Erfahrung auch dazu, aber wenn du mal guckst, auf was wir mit Arda Güler gemacht haben, was wir mit Ferdi jetzt machen werden, der wird auch höchstwahrscheinlich gehen, aber diese, wie das läuft, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das besser geht, ob wenn jetzt ein Trainer kommt, ob er, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainer Fenerbahce Meister machen kann, ein anderer Trainer, ja. Ich könnte, ich könnte schwören, Bruder, ich könnte auf alles schwören, dass Fenerbahce nächste Saison nicht mehr als 100 Punkte machen wird. Chapo, bitte, du sagst trotzdem keine Meisterschaft, ich will, ich rede doch nur darüber, wer sagt, dass mit neuen Trainern eine Meisterschaft kommt, das versuche ich euch auch zu erklären. Ihr wollt eine Meisterschaft sehen, aber wer, was, wie soll es denn besser gehen, wer sagt das, Gala und Gala, guck mal, damit ihr nochmal versteht, wie krass Fenerbahce gespielt hat dieses Jahr. Damit Gala Meister werden konnte überhaupt dieses Jahr, mussten sie einen Rekord brechen. Gala ist nur Meister geworden, weil sie einen Rekord gebrochen haben, Bruder. Sie haben 102 Punkte gemacht, deswegen ist Fener nicht Meister geworden und du willst mir sagen, Krosi Mourinho soll kommen, dann brechen wir auch einen Rekord, ja, dann brichst du einen Rekord. Digga, was denkt ihr, was denkt ihr, was ein Trainer macht? Denkt ihr, das ist Manager-Modus, wie bei FIFA, ja, ich mach mal jetzt Karriere-Modus und dann, keine Ahnung, ich mach so und so und so und so, kaufe ich die Spieler und dann, oder das ist das echte Leben, Digga? wenn ich es so verstehe, wenn ihr wirklich denkt, wenn ihr wirklich denkt, dass Aziz Yildirim kommen soll, damit er Krosi Mourinho bringt und wir mit Krosi Mourinho dann Meister werden oder nicht mal Meister werden, dass er mehr als 99 Punkte macht. Weißt du, was ich meine? Bruder, du kannst nur Meister werden mit 99 Punkten, wenn keiner besser ist als du, wenn Gala keine 102 Punkte holt, wenn auch Krosi Mourinho kommt und stell dir vor, er hat jetzt 102 Punkte gemacht oder 105 Punkte, was wenn Gala 106 Punkte macht oder 107 Punkte? Willst du dann wieder alles wechseln? Oder es war einfach eine brutale Saison, Fennel hat da, ich, man kann es kaum besser machen und wenn du es besser machst, dann hast du wie Gala Rekorde gebrochen, 102 Punkte. Das Problem, dass Fennel nicht Meister geworden ist, liegt nicht am Trainer und nicht am Präsidenten, das will ich nur sagen und deswegen weiß ich nicht, ob das so schlau wäre, jetzt gerade alles zu wechseln. Weißt du, was ich meine? Also wir sind gerade, ehrlich, sehr stark geworden, dass man dem Ganzen noch eine Saison, dass man dem Ganzen noch eine Saison geben sollte zu 100 Prozent, nichts ändern, gar nichts am System und wenn nächstes Jahr Fenerbahce wieder nicht Meister wird mit 99 Punkten, dann sage ich immer noch, bleib weiter so. Aber wenn jetzt zum Beispiel nächstes Jahr Fenerbahce, keine Ahnung, 80 Punkte hat und Gala 95 oder 90, 10 Punkte mehr, dann sage ich, tamam, okay, es muss was ändern, es muss sich was ändern, aber in dieser Situation finde ich, es muss sich nichts ändern. Tu mal, das Problem ist ab, du sagst, never change the running system, Fußballfans denken oder es ist leider immer dieses Bild, wenn man kein Meister wird, dann nur, weil du schlecht gespielt hast. Weißt du, was ich meine? Das wird immer, das hält man immer so von einer Mannschaft. Okay, lass mal kurz mit Fenerbahce diskutieren. Einer schreibt rein, weil ich möchte ja auch ein bisschen Schlagabtausch haben oder einfach nur eure Meinung auch haben. Ich bin nicht der Meinung, dass, wenn ein krasser Trainer kommt, wir Meister werden. Dankeschön. Aber ich kann mir Ismail Carter sein Team nicht ansehen. Sein Sohn ist einfach im Trainerstab. Unser Arzt verletzt mehr Spieler als die Gegner. Ismail sagt, wir machen gutes Training, aber drei Viertel der Spieler verletzen sich im Training aufgrund der Überlastung, etc. Ja, dann kannst du ja dann, 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 aber das heißt ja nicht, dann musst du ja halt da, also wenn das so ist, dann sollte man ja über einen Wechsel von den Ärzten oder sonstiges reden. Weißt du, was ich meine? Aber du verstehst nicht, was alles, was alles sich ändern kann, wenn ein neuer Präsident kommt. Du verstehst nicht, dass die Schiris und die gelben Karten und die Verletzungen uns gebeten haben. Bruder, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht, ob Gala, äh, die, die wenigsten gelben Karten und rote Karten diese Saison bekommen hat, ob Gala irgendwelche Fehlentscheidungen gehabt hat und vielleicht drei Punkte deshalb, dass, das interessiert mich nicht. Ich versuche mich nicht, darauf aufzubauen, ähm, äh, zu sagen, Gala ist wegen den Schiris-Meister zu sein. Ich versuche, hier gerade den Fener-Fans zu erklären, warum wir Ali Koc und Ismail Kartal noch eine Chance geben sollten und Chance geben müssen. Weißt du, was ich meine? Was passiert ist, das passiert, das kann ich nicht ändern. Aber ich versuche hier etwas aufzuhalten, was sich vielleicht bald ändern wird und das ist ein neuer Präsident und ein neuer Trainer vielleicht, der komplett die Firma gegen die Wand fahren kann. Weißt du, was ich meine? Weil hier gerade habe ich alles schwarz auf weiß. Ich habe, ich sehe es, dass von Jahr zu Jahr wir immer besser werden. Achte, achte, achte einfach 2019, 2020, dritter Platz, wegen zwei Punkten kein Meister geworden. Zweiter Platz, zweiter Platz geworden, wieder zweiter Platz geworden und wieder zweiter Platz geworden, aber mit drei Punkten Unterschied. wenn wir hier gucken, diese Saison besser gespielt als vorher, diese Saison besser gespielt als letzte Saison und diese Saison wieder besser gespielt als letzte Saison. Also die Bilanz geht hoch, wenn wir so sehen. Weißt du, Schmeine und drei Punkte Unterschied. Wir reden von drei Punkten, Bruder. Wir reden von drei Punkten Unterschied. Deswegen willst du alles ändern? Das sind nur drei Punkte. Daran kann alles schuld sein. Daran kann irgendein Spiel schuld sein. Daran kann irgendein verletzungsbedingter Ausweisschuld sein. Zweiter Platz bringt uns aber nichts mehr. Okay, Enes, bitte. Ich versuche es dir nochmal zu erklären. Ich respektiere deine Ansicht. Zweiter Platz. Ich bin doch nicht stolz auf einen zweiten Platz. Ihr versteht das. Ihr versteht mich, glaube ich, einfach nicht, was ich gerade sagen möchte. Bruder, es geht mir nicht darum, dass ich weiß, du willst eine Meisterschaft, aber es geht mir darum, du willst gerade eine Mannschaft, die immer krasser wird, willst du alles ändern, weil die nicht Meister geworden sind, Bruder? Wer sagt, dass wir krasser werden als das? Mit euch kann man nicht diskutieren, weil diese verblendeten Fans, die nur darauf achten, dass man krass ist, wenn man Poker, mit denen kannst du nicht reden. Ich kann hier die ganze Zeit reden und reden und reden. Ihr werdet immer nur das eine sagen. Ja, aber für den Nissen ist ich Meister geworden. Und meine Frage ist halt, denkst du, wir werden Meister, wenn wir jetzt alles ändern? Es hat nichts mehr mit Sabers zu tun. Es hat nicht, es hat vielleicht mit ein bisschen was Glück zu tun, Bruder. Und damit auch, dass man Pech hat, dass wir sind, ich versuche euch das mal so zu erklären, ohne dass irgendwie jetzt Galer-Fans toxisch werden oder so, aber ich versuche nur an diese Faner-Fans jetzt gerade mal zu erklären, warum wir vielleicht nicht Meister sind. Diese drei Punkte, diese drei Punkte liegen nicht daran, dass der Präsident und dass der Trainer, diese drei Punkte liegen an, du hast vielleicht Pech, die andere Mannschaft hatte vielleicht ein bisschen Glück, du hast Verletzungen gehabt, wichtige Verletzungen, du hattest Gelb-Rot-Sperren, deswegen sind Spiele ausgefallen, wo du dann ein Spiel nicht gewonnen hast. Daran liegt das drei Punkte. Das liegt nicht an Trainer oder an Präsident. Aber ich will gar nicht, dass ihr meiner Meinung seid, ich will auch gar nicht sagen, dass ich jetzt, oder weil es kann jetzt ein, es kann ja auch sich alles ändern und dann werden wir Meister vielleicht mit 60 Punkten, aber wir werden nur Meister bei Galer verkackt und dann wird jeder sagen, guck, hast du gesehen, wir sind Meister geworden dank neuem Präsidenten. Weißt du, was ich meine? So, wir wissen nicht, was nächste Saison passiert. Stell dir vor, nächste Saison Galer macht 70 Punkte nur und Verletzungen wird Meister wegen 71 Punkte. Und dann werden alle sagen, und stell dir vor, dann werden alle sagen, ja, guck, Präsident hat sich geändert, Trainer hat sich geändert, wir sind deswegen Meister geworden. Dann sage ich trotzdem, nein, Verletzungen war letztes Jahr krasser als dieses Jahr und wir sind Meister geworden, weil die anderen einfach zu schlecht waren. Weißt du, was ich meine? Das ist das Ding. Wir reden hier, ich rede hier nicht darum, ob Verletzungen Meister, keine Ahnung, was Assis ist, stell dir vor, Assis ist so Mafia, so Mafia, die Schiris haben Angst gegen uns falsch zu pfeifen oder sonstiges und wir werden deswegen Meister. Aber Verletzungen macht dann 70 Punkte nur und wird auf einmal Meister, weil Galer nur noch 60 Punkte gemacht hat irgendwie die Saison. Aber dann heißt es ja nicht, dass Verletzungen besser geworden ist. Weißt du, was ich meine? Ich kann dir nur sagen, dass egal was passiert, Verletzungen wird nie im Leben mehr Punkte holen als hier 99 Punkte. Mit einem neuen Trainer und mit einem neuen Präsidenten. Mit dem gleichen Präsidenten, mit dem gleichen Trainer ist es möglich, mehr als 99 Punkte zu holen. Aber mit einem neuen Präsidenten wirst du nicht mehr als 99 Punkte holen. Einer schreibt was langes. Wie kann man so gesuldig sein? Ja, Galer feuert seine Präsidenten jedes... Ich muss meine Brille auf. Wie kann man so geduldig sein? Ja, Galer feuert seinen Präsidenten jedes zweite Jahr. Ich habe keinen Bock mehr auf Loser-Mentalität von diesen Fanet-Fans. Sechs Jahre, sechs Jahre, ja, wer ist Ali Kotsch, dass ich ihn über Asis Yildirim stellen soll. Das ist eine Beleidigung für Fener. Außerdem möchte Asis Yildirim die Kapazität von einem Stadion von um 10.000 Zuschauer erhöhen. Er hat auch gesagt, dass er niemanden verkaufen will und drei, vier Spieler holen will. Guck mal, Bruder, dass du mir gerade mit einem Argument kommst, dass wir 10.000 Zuschauer mehr Stadion... Ich spuck auf diese 10.000... Was juckt mich das, Bruder? Was juckt mich mein Stadion, Bruder? Komm mir nicht mit diesem Argument, wir kriegen dann größere Stadion, Bruder. Ich juck mich, Bruder. Ich will Meister werden. Hol mir ein Argument. Warum wird Asis Yildirim Fenerbahce Meister machen? Dass er niemanden verkaufen will? Willst du mir sagen, du kannst Ferdi Cardiolo halten? Bruder, der Typ ist jung. Du kriegst noch mega Geld für ihn. Willst du, dass dann wieder solche Spieler wie Ferdi Cardiolo ablösefrei gehen? Wie viele Spieler sind ablösefrei gegangen damals? Willst du ihn jetzt auf Krampf halten, dass in einem Jahr oder in zwei Jahren sein Vertrag ausläuft, er nicht verlängert und er dann mit Handgeld rausgeht? Bruder, bitte ja. Hört auf, Bruder, ja. Ferdi soll gehen und es ist nicht schlimm, dass er geht. Wo ist... Ich finde, dass der Präsident ein Argument bringt. Ja, ich will das, ich werde Ferdi halten oder sonstiges. Ist dumm. Bruder, verkauf Ferdi für krasses Geld und hol neue Spieler. Willst du mir sagen, Ferdi ist unersetzbar? Er ist ein krasser Spieler, ja, aber halt dich nicht an einem Spieler fest, Bruder. Der Junge hat schon fünf Saisons bei uns gespielt. Fünf, sechs Saisons, keine Ahnung. Du bist in einer Prime-Zeit, du bist in der besten Lage gerade, auch neuen, guten, neuen Ersatz zu holen. Dann verkauf ihn und hol was Neues, Digga. Jeder hat gesagt, Galatasaray wird nicht mehr Meister, weil die Sascha Boye verkauft haben. Haben irgendeinen Dennis Künge. Und, was ist passiert? Die haben nicht, die haben mit Sascha Boye, mit Sascha Boye haben die in der Liga mehr Punkte gelassen als ohne Sascha Boye. Und Gala wechselt, Gala hat so viele Präsidenten gewechselt, weil bei denen einiges schief lief. Aber unser Präsident, bei unserem Präsident ist gerade eine Bilanz nach oben zu sehen, ist gerade eine Verbesserung zu sehen. Ohne, ohne dass Ferner Meister wird oder irgendwelche Erfolge hat, haben wir so eine starke Mannschaft aufgebaut. Das dürft ihr nicht vergessen, Leute. Wie kannst du, ich will nicht streiten mit Fener Fans oder ich will nicht diskutieren oder ich will auch Asis Hildirim nicht schlecht reden, Bruder. Weil das hört sich gerade so an, als hätte ich was gegen Asis Hildirim. Weißt du, was ich meine? Nur weil ich gerade Ali Koc nicht wechseln würde. Bruder, ich liebe Asis Hildirim. Asis Hildirim ist der Vater von Fener. Asis Hildirim war im Knast für diese Mannschaft. Weißt du, was ich meine? Kein Fener Fan auf dieser Welt, kein Fußball, kein türkischer, auch kein Gala-Fan, kein Bechtasch-Fan kann irgendwas sagen gegen Asis Hildirim. Asis Hildirim ist dieser Vater von dieser türkischen Liga. Nenn mir ein, der ist sowas wie Uli Hoeneß in Deutschland. Nenn mir ein Dortmund-Fan oder der irgendwas gegen Uli Hoeneß sagen kann. Weißt du, was ich meine? Aber Bruderherz, ich will gerade nur sagen, dass ich, oder ich denke einfach nur und ich denke wirklich, ich habe auch mit sehr vielen Freunden geredet, so ich, in meiner Privatzeit überlege ich so, weil das gerade auch so Thema ist bei Fenerbahce, ist es schlau, jetzt gerade zu wechseln. Und meiner Meinung nach, ich denke, es wäre gerade nicht schlau, jetzt das komplette System, die komplette Struktur zu wechseln, zu ändern. Aber es bringt ja nichts. Es geht jetzt nicht darum, euch zu überreden, weil wir stimmen, dass sich ab keiner von uns das Vereinsmitglied oder sonstiges. Aber ich will nur die Laune, im Endeffekt will ich nur die Laune der Fenerbahce-Fans ein bisschen runterfahren und nicht so, ja, keine Ahnung, so hastig und impulsiv urteilen und direkt die Firma gegen die Wand zu fahren. Weißt du, was ich meine? Ich habe einen kleinen Funfact, ich habe einen kleinen Funfact, was mir aufgefallen ist gestern. Fenerbahce ist im türkischen Pokal rausgeflogen gegen eine Mannschaft, die zweite Liga spielt. Galatasaray ist türkische Pokal rausgeflogen gegen eine Mannschaft, die zweite Liga spielt. Ja, diese Mannschaft, das ist, also, hier passiert alles, in dieser Liga passiert alles. Seit 15 Jahren ist kein ausländischer Trainer Meister geworden, also wird Mourinho es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja, auf diese Bilanzen gehe ich eh nicht, auch viele Fenerbahce-Fans haben gesagt, Galah gewinnt seit drei Jahren nicht gegen Köln oder verliert seit drei Jahren. Ja, denk dir, weil etwas lange nicht geklappt hat, dass es dann nie klappt. Ich denke, ganz im Gegenteil, ich denke, umso länger etwas nicht klappt, dann wird irgendwann etwas klappen. Du musst dich so überlegen, wenn du zehnmal auf schwarz setzt und kommt nicht, irgendwann kommt Rot. Weißt du, was ich meine? Jene, dieses Argument, dass seit 13 Jahren oder 15 Jahren kein türkischer Trainer Meister, das ist einfach so zufällige Dings, Bruder. Das sind zufällige Fakten, Bruder. Außerdem, ja, also, oder drei, drei Jahre, seit drei Jahren gewinnt Konja gegen Gala. Ja, ja, jetzt, nur seit, weil seit drei Jahren Konja gegen Gala gewinnt, ist doch Dings jetzt, ist doch jetzt so, ja, okay, guck, seit drei Jahren gewinnt ich, jetzt gewinnt ich nochmal so, hä, ohne Sinn. Na, Aluhut, Digga. Wie lange rede ich schon jetzt? Seit 44 Minuten rede ich. Ist das geisteskrank, ne, man redet über eine Sache, auf einmal vergehen 44 Minuten, Digga. Rede, Land und Jai, 10.000 Zuschauer bringen nichts, wenn 20k im jetzigen Stadion Tschechildek essen. Rede, Wallah. Ne, also, das Stadion von Fennel muss auf jeden Fall erweitert werden, aber das ist jetzt so eine Sache, Digga, also, also, das ist jetzt, glaube ich, das letzte Problem, über das wir reden sollten, oder? Die Punkte jucken in der Geschichte keinen, ja, am Ende zählen nur die Pokale, es ist einfach, ja, ich gebe dir doch da recht, Bruder, aber die Punkte zählen für die Bilanz, dass du reflektieren kannst, ob der Trainer gut ist oder nicht. Weißt du, was ich meine? Aber, ich liese mal kurz weiter, ähm, am Ende zählen nur die Pokale, es ist einfach so, du kannst dich an keine Punkte von damals erinnern, deswegen geht nur, okay, 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 aber guck, und das ist das, ich schwöre, es macht keinen Spaß, mit solchen Menschen zu diskutieren, Wallah, es ist keine schöne Unterhaltung, die ich führe, Bruder, weil, weil ich sage, dass, dass Fener 99 Punkte gemacht hat, diese Saison, denkt ihr, dass ich meine, ich bin zufrieden und, äh, ich brauche keinen Pokal deswegen, ich erwähne diese 99 Punkte, ich sage es nochmal, ich erwähne diese 99 Punkte, um dir bildlich zu zeigen, dass Fener eine brutale Saison gespielt hat und immer besser wird und es immer knapper wird und enger wird für eine Meisterschaft, die Bilanz, und diese 99 Punkte, du hast die 99 gegen 102 gespielt, bitte, Bruder, bitte, 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 aber egal, okay, tamam okay, tamam okay, dann, dann okay, ist okay, ihr habt recht einfach, ihr habt einfach recht, Bruder, ich laber scheiße, ich habe keine Ahnung vom Fußball, so, hier, ich bestätige das nochmal, mein Name ist Mert Ekchi, ich wohne in der Aurelser Straße 19, 318, 31812, Bad Pirmont, ich habe keine Ahnung vom Fußball, hier, bitteschön, jetzt hast du was du wolltest, fertig, lass mich doch einfach labern, dann lass mich doch einfach scheiße labern, danke, dass ihr mir die Aufmerksamkeit gebt, danke, dass ihr mir das Gefühl gebt, als hätte ich jemanden, der zuhört, dankeschön, ein Jahr, ja, das war es mit dem Thema so, ich bin gespannt, was bei Fenerfall passieren wird, irgendwo sage ich euch ehrlich, feiere ich so den Comeback von Asis Yildirim, aber ich habe Angst, Bruder, ich habe Angst, dass wenn er kommt, Bruder, stell dir vor jetzt, wo Asis Yildirim kommt, und wir werden in dem Jahr auch nicht Meister, und danach auch nicht Meister, und dann war alles umsonst, was wir jetzt aufgebaut haben, alles, gerne, meiner Meinung nach, gibt noch ein Jahr, gibt noch ein Jahr, bitte, gibt noch ein Jahr, Ismail Kaltal und Ali Koc, ein Jahr noch, gibt noch ein Jahr, guck, was sie machen, weil diese Saison, wenn du für diese Saison, alles änderst, das wäre echt traurig, Bruder, bestraft bitte nicht diese Saison, Fenerbahce, weißt, was ich meine, nicht mit 99 Punkten gegen 102, bitte, okay, das war es mit dem Thema zu mir, machen wir das Thema zu, reicht auch,